Pst, es geht weiter. Du weißt, dass der Shit on geht, wenn da irgendwo eine vereiste Sonne ist. Hallo und herzlich willkommen, hier auf X-Beziehung, ihr seid wie immer bei Basti. Und das hier ist Scribblenauts Unlimited. Wir sind in der vorletzten Schneemap. Ballern die jetzt mal noch durch und schau mal, was hier kommt. Wir sind groß und frozen, weil wir letztes Mal wieder Yeti sein wollten, mussten, wie auch immer. Und schau mal, was hier der Typ möchte. A Zodiac to discover. Dann kriegst du einfach einen Zodiac, du Assi. Aber das gibt es natürlich wenig. Hier, Summerlunch. Bitte, Alter. Was ist ein Zodiac? Ach, ein Zodiac-San. Das ist natürlich ein Taurus. Liga. Bitte. Oh, wie schön. Ist das? Oh, der... Ja, kriegen wir hin, Alter. Oh, nee. Das geht natürlich nicht so einfach. Egal. Wir haben das Zodiac-San Taurus da oben hingeballert. Irgendwo hier da ist das. Ist das... Oh, wie schön. Äh, was willst du denn? I want a new home. Huge. Icy. Special. Igloo. Ach, das heißt... Ach, da unten ist es. Hier, Digga. Wie gefällt dir das? Ist das super, oder? Chilli. Sieht mir aber fast aus wie ein Girl. Aber na, egal. Wie auch immer. Show me something in the solar system to observe. Ähm. Wie wär's mit Maris, Alter? Hier, Digga. Guck dir den an. Ist das nicht heftig? Boah. Wir kriegen jetzt hier alle hin, Alter. Junge, Junge, Junge. Ist das heftig. So, mal gucken, ob ich damals in Physik aufgepasst habe. Wir haben hier natürlich ganz klar Mars. Das hier wird Saturn sein. Das könnte Pluto sein, weil er so klein ist. Was das hier sein soll. Ich hab keinen blassen Schimmer. Find something to make it stop. Ist ja vollkommen klar. Wir... Wir zerstören jetzt einfach die, äh... Sonne. Ist doch klar. Wir zerstören die Sonne. So geht das nämlich. Aha. Hab ich jetzt hier verschissen? Ja, ich hab verschissen. Egal. Ich mach jetzt alles andere fertig. Und das da könnte Neptun sein, weil er klein und blau ist. Äh, Jupiter. Vollkommen klar, weil er der größte ist. Nee, das hier ist der Mond, oder? Ich hab keinen blassen Schimmer. Nö, ich weiß nicht. So, hier haben wir einen Yeti, der gerne ein Foto möchtet. Das kriegen wir hin, Alter. Äh, eine Kamera. Christa, Alter. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Oh, willst du tatsächlich Tschüss? Ach, Chess. Tschüss, Alter. Bitteschön. Christa. Oder willst du, dass jemand ein Foto von dir macht? Kann natürlich auch alles sein, ne? Äh, brauchst du jetzt noch einen Mirror? Lass das ihm mal resetten. Ich hab das Gefühl, dass hier jetzt so viel kaputt gemacht wurde, weil ich hier irgendjemand blödes gemacht hab. Ich hab keine Ahnung was. Aber, äh, es scheint als ob das jetzt hier nochmal neu gemacht werden muss. Hallo? 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 Was haben wir hier? I want to be a snowman. Dann brauchst du jetzt auf jeden Fall noch eine Carrot, Alter. Ne Carrot. Ach, hey, das ging schnell. Aber wir müssen jetzt erst mal wieder fliegen, ne? Flying fast. Und jetzt brauchen wir noch einen, äh, Rainbow Mustache. Ich möchte gerne, also wirklich einen richtig awesome Mustache haben. Genau. Und es geht los. Oh no, mother fuck. Das ist vollkommen klar. Dieser Sun hier wird einfach cold und tiny. Ich bin ein Genie, oder? Das machen wir hier nach, Alter. So, und das haben wir jetzt hier noch alles. I want to sculpt this ice block. Das machst du jetzt mit einer Lasergun. Das kriegst du hin. Du Lasergunst eine ganz tolle Skulptur, Alter. Da bin ich mir sicher, dass du das hin kriegst. Das ist, der kann nix. Und jeder guter Künstler muss mit einer Lasergun eine Skulptur machen können. Aber wenn, wenn schon mit einem Laser-Sword. Wie geht's aus? Ja, immerhin etwas, ne? Was willst du? Du willst immer noch, dass das hier von dir ein Foto gemacht wird. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich mach gerne eins an dir. Bitteschön. Dang, the Yeti ate your photo. Ja, das ist natürlich blöd. Dann mach ich noch eins. Oh, schon wieder. Ja gut. Was willst du machen? Der Yeti isst wohl gerne Fotos. Das ist bestimmt auch der Grund, warum er bis heute nicht entdeckt wurde. Weil alle richtigen Fotos isst er einfach. Wie so ein Asi. Von dir gibt's jetzt auch ein Foto. So. Was brauchst du? I'm all dressed up for a formal party. Ja, das stimmt. Aber du brauchst noch ein Cylinder. Ach nee, warte. Gott, was heißt noch Cylinder auf Englisch? Hier ist nämlich Tophead. Genau, ja. Aber du willst jetzt eine Party. Ist das richtig? Und der Stefan spielt Final Fantasy, der krasse Typ. Schöne Grüße an Stefan. Ist ein geiler Typ, der Stefan. Ja. So, und jetzt machen wir noch hier die Hauptquest, die hier auch irgendwo sein dürfte. Aber wo? Wo, meine lieben Leute? Wo? Oder gibt's hier keine? Doch, da ist noch eine. Bin ich blind? Und? Help Santa, prepare for his big night. Oh, das passt ja mal wieder hier. Santa ist running late. Help him by placing three gifts for nice children in his sleigh. Okay, three gifts for nice children. Da haben wir einmal. Er ist auch in der Giftbox. So. Und da drinnen, kommt jetzt a tiny black person. Rein da. Ein tiny, gross, smelly Puppet. What about it? Ja. Ja, okay, Rudolf. Dann halt nicht. Hab ich schon wieder verkackt? Nee, ne? Nee, da bin ich. Ja, okay. Dann machen wir jetzt aber wirklich was tolles rein. Hier ist mit einer small toy car. Wo ist denn da? Ist das doch sein sleigh, ne? Ach, so muss ich das machen, okay. So, das ist doch ein tolles Geschenk für kleine Kinder, ne? Aber warte, jetzt müssen wir das nochmal machen. Giftbox. Und dann brauchen wir den Tiny Slave. Und der kommt dann... Was ist dein Problem, Alter? Kommt jetzt rein, so. Nein. Und warte. So. Ne? Wer freut sich nicht über einen kleinen Sklaven in der Box? Und dann machen wir noch... Ähm... Ich nehm... Doch, ne Infektion. Das ist ne gute Idee. Kommt auch hier rein. Ach. Wir brauchen noch ne Giftbox, liebe Leute. Und da kommt ne Infektion rein. Ne, ein Inferno. Das ist ne... Oh, das... Was ist das hier denn? Das ist ne gute Idee. Hallo. Geht nicht? Okay. Satan rein mit dir, Alter. Und das kommt jetzt auch... Auch hier rein. Aber ich hab schon mal ne Giftbox. Okay. Package. Einfach rein da. Was brauchst du noch? Enterpresent. Ach, dann machen wir noch ne Doll. Okay. Rein da. Pang. Pay something for the naughty children in this way too. Just in case. Ähm... Ähm... Sort. Ähm... Sort. Ne. Ne. Ähm... Ähm... Acid. Das ist was Gutes. Nicht? Hallo. Äh... Gut, dann nehmen wir noch mal Holzkohle. Das ist ja das Klassische für die bösen Kinder. Das ist jetzt aber auch... Ja. Ja. Rudolf, was ist dein Problem? Ja. Das ist kein Ding, Alter. Wir müssen wieder Gewalt hier wahren lassen, weil... Ihr seht ja selber. Laser sword. Hört ihr auch das Geräusch? Attacke. 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 Jetzt schlacht doch. Oh, ist das nervig, Alter. Super. Los, komm. 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 Boom. Einmal noch. Ja, und Rudolf, ich will dich jetzt eigentlich nicht verprügeln. So, das ist nicht mein Ziel. Okay, tue ich auch nicht. Hervorragend. Komm. Noch zwei Schläge, oder? Ja. Perfekt. Jihau. This time just his nose won't do. Apply an adjective to the reindeer that will shine through the frog. Ist doch vollkommen klar, Alter. Du wirst jetzt shiny. Bang. Gute Nacht. Tschau. Ho, ho, ho. Oh. Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch alle frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt Zeit mit euren Liebsten verbringen und dass dieses Weihnachten eines euer Besten wird. Und ich möchte gar nicht mehr groß viel sagen. Ich möchte jetzt auch nicht noch Eigenwerbung machen nach so einer tollen Weihnachtsepisode, die ungeplant war. Ist ein Zeichen, oder? Wenn genau an Weihnachten so eine, äh, Episode, äh, zufällig entsteht. Bis bald, liebe Leute. Euer Basli. Ciao. Bis bald, liebe Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020